Hallo zusammen, hier ist der Deutscher und heute bin ich wieder für euch ein Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Legendary Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Schmiede-Legendary und dieses haben wir wie die anderen auch hier im Schmiedekunstbuch. Und das heißt Retros unerschöpflicher Mut. Und für dieses brauchen wir insgesamt vier Materialien. Und ganz wichtig, diesmal sage ich es gleich am Anfang, weil ich es im Lederer-Guide erst so mitten im Guide gesagt habe und das für Irritationen gesorgt hat bei manchen Leuten. Ihr braucht, um die Legendaries herstellen zu können, 800er Skill. Also den maximalen Skill, den man zu Leechen erreichen kann. Sonst könnt ihr das nicht herstellen. So, wo bekommt ihr das Rezept her? Und zwar, das könnt ihr einfach ganz normal beim Lehrer lernen. Und zwar in Dalaran oder auch bei jedem anderen Lehrer. Außer bei Schneiderkonst, da war es irgendwie buggy. Da konnte man es bei jedem Lehrer lernen, außer in Dalaran. Aber das ist jetzt hier nicht Sache des Videos. Genau, ihr lernt das Rezept. Dann braucht ihr vier Materialien. Zum einen braucht ihr Blut von Sageras. Die meisten dürften ja mittlerweile schon wissen, dass man das theoretisch bei jedem Mob hier auf den verhärten Inseln erbeutschen kann. Ein wenig expliziter farmen könnt ihr es, wenn ihr zum Beispiel diese World Quest macht. Hier sehen wir zum Beispiel ein paar, wo es hier Blut von Sageras geben würde. Also sprich, man kann schon einigermaßen gezielt farmen. Aber in großen Mengen muss man natürlich da so ein bisschen auf Glück hoffen. Ja, das zum einen. Dann haben wir noch drei andere Materialien. Wir brauchen, Moment, das ist das Falsche. Wir brauchen hier die Monenstahlbarren. Und diese können wir uns selber basteln als Schmied. Einmal durch Teufelschiefer und Listeinerz. Und die geübteren Schmiede wissen sicherlich, dass man hier in das Lager muss, um das Ganze basteln zu können. Beziehungsweise man kann es sich natürlich auch mal haarkaufen, wenn man es sich da ein wenig leichter machen möchte. Ja, da brauchen wir noch die Neta Splitter Essenz. Die können wir auf der verhärten Küste direkt hier unten kaufen. Und zwar haben wir hier einen kleinen Händler oder eine Händlerin, besser gesagt. Und die verkauft uns die Neta Splitter Essenz gegen 8.000 Neta Splitter. Und diese wiederum können wir hier unter dem Sentinex farmen. Also sprich, da einfach ein paar Portale aufmachen, ein paar Mobs umnatzen. Und dann kriegt ihr auch schon diese Neta Splitter. Wo kriegt ihr jetzt zum Beispiel diese Portalsteine her? Von den Mobs aus dem Sentinex? Oder auch von zum Beispiel diesen Elite- oder nee, Rare Mobs, ist es besser gesagt. Wenn ihr die umnatzt, ihr solltet das Ganze aber am besten in der Gruppe machen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier über Benutzer definiert reinschauen, sehen wir Sentinex, Sentinex, Sentinex. Und das zieht sich eigentlich so durch, dass da doch relativ viele Sentinex-Gruppen offen sind. Und da einfach ein bisschen mitfarmen. Wenn ihr 8.000 habt, kauft euch das Teil und könnt vielleicht ein bisschen Gold machen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Item, das ihr noch braucht. Und das ist genau das Item, das hier relativ aufwendig ist. Alles andere könnt ihr ganz normal so farmen. Dafür müsst ihr eine Quest machen, beziehungsweise braucht ein gewisses Gebäude hier auf den verheirten Küsten. Und zwar, ihr seht, wir haben gerade den Neta Disruptor noch ab, noch 18 Stunden, also nicht mehr lange. Und wenn dieser am Start ist, also sprich dieses Gebäude hier, dann könnt ihr eine Berufsquest hier annehmen bei dem Typen hier. Und zwar könnt ihr jedes Event einmal annehmen, die ist wiederholbar, aber nur jedes Mal, wenn der Neta Disruptor ab ist. Also sprich, ihr baut den Neta Disruptor auf, der ist drei Tage lang am Start. Innerhalb von diesen drei Tagen könnt ihr diese Quest einmal machen. Und nach diesen drei Tagen ist er kaputt. Und wenn er dann wieder aufgebaut ist, könnt ihr diese Quest wieder einmal während des Events machen. Also dementsprechend so ist das wiederholbar. Und dementsprechend kriegt ihr auch nur ein einziges legendarisches Item pro Event mit dem jeweiligen Char raus. Und wenn ihr natürlich mehr Chars habt, könnt ihr natürlich mehrere basteln. So, wie funktioniert jetzt die Quest beim Schmied? Und zwar, ihr nehmt erstmal die Quest hier an, bekommt das Item, mit dem lauft ihr dann hier diese ganze Treppe nach unten. Und unten steht dann ein kleiner Händler und den könnt ihr dann anquatschen. Gebt das Teil ab, bekommt eine neue Quest und dann müsst ihr euch ja durchquatschen, 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 durchquatschen. Und ganz am Ende schlägt er euch ein paar Sachen vor. Wenn ihr jetzt, wie ich, mehrere Berufe auf 800 habt und mehrere Legendaries theoretisch bauen könntet, weil ich kann zum Beispiel auch noch Leder-Legendaries bauen, wie ihr da seht, dann habt ihr die Auswahl, welches ihr machen wollt. Ihr entscheidet euch natürlich jetzt für die Schmiede-Variante, nehmt das an, gebt das ab und dann bekommt ihr dementsprechend eine Folge-Quest. Und zwar, die Folge-Quest für den Schmied ist jetzt hier die Legende der Fee Hämmer. Und dafür müssen wir erstmal nach Dalaran reisen, und zwar das Legion Dalaran. Einmal hochgeflogen, dann geht es hier in diese große Zitadelle, wo auch Khadgar drin steht. Und dort habt ihr dann ein kleines Buch, das sammelt ihr auf, die Legende der Fee Hämmer. Dann heißt wieder zurück zu dem Typen hier, gebt das Ganze ab und bekommt neue Quests. Und zwar kriegt ihr dann insgesamt vier Quests an der Zahl. Einmal Rüstung der Ahnen. Dafür müsst ihr dann 100 von den uralten Dämonenstahl besorgen. Und wo ihr den besorgen könnt, das könnt ihr euch jetzt auch gleich merken, zum Beispiel für andere Legendary Berufsquests. Ihr bekommt diese Teile von allen Humanoiden auf den verhehrten Küsten. Also nicht auf den verhehrten Inseln, sondern verhehrten Küste. Das spricht, das ist diese Insel hier. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es eigentlich am besten bei den Nagas unterhalb vom Tomb of Sagarras oder Grabma von Sagarras auf Deutsch farmen kann, da einfach die Naga umklopfen. Da sind teilweise so große Packs von, keine Ahnung, 10 Nagas. Nagar? Naga ist der Plus. Es ist ja auch egal. Also auf jeden Fall mehrere Naga. Und die Packs könnt ihr zusammenziehen, kurz Wecker ehen, dementsprechend ein bisschen Server hoppen und dann geht das relativ zügig. Denn ihr müsst verdammt viele um. Und teilweise haut man 20 von diesen Viechern um oder noch mehr und kriegt da nichts raus. Und wichtig ist, ihr bekommt dann immer ein Item raus. Und dieses Item könnt ihr dann aufmachen und dann bekommt ihr da dementsprechend den uralten Dämonenstahl raus. Beziehungsweise, wenn ihr die anderen Quests macht, sind es halt andere Materialien, aber ihr müsst immer Humanoide machen. Das ist so ein bisschen die Konstante, die bei diesen Quests zu beobachten ist. Ja, das ist die erste Quest. Dann haben wir noch die zweite Quest. Und zwar bei dir müsst ihr Odin besiegen. Und wenn ihr Odin besiegt habt, und zwar ganz wichtig, Odin im Fünf-Mann-Dungeon, ganz wichtig, Hallen der Tapferkeit, und dann ihn aber im mythischen Schwierigkeitsgrad. Odin, mythischer Schwierigkeitsgrad, der droppt dann ein Item. Weißer Blitzstrahl heißt das. Und das lootet ihr dementsprechend, geht zu einem Amboss, schmiedet das Item und dann kriegt er den Hammer des Gottstreiters raus. Und dann habt ihr diese Quest auch fertig. Die dritte Quest, die ihr bekommt, ist dann die Drachenjägerin. Dafür müsst ihr Darkrul im Nethalans Leer besiegen. Und zwar auch wiederum im mythischen Schwierigkeitsgrad. Da bekommt ihr dann auch wieder ein Item raus. Glühend heiße, drakonische Schlacke heißt das. Die müsst ihr dann auch wieder schmieden. Dann bekommt ihr den Hammer des Drachenjägers. Und dann habt ihr noch eine letzte und vierte Quest. Und zwar bei dieser letzten und vierten Quest ist es so, dass ihr auch wieder einen Boss besiegen müsst und ein Item looten müsst. Und zwar diesmal Helia, aber Helia im Raid. Also es ist bei diesen Quests immer so, dass ihr zwei Dungeon-Bosse mythisch besiegen müsst und einen Raid-Boss. Und beim Schmied sind es halt dementsprechend Odin und Darkrul bzw. Helia dann im Raid. Und diese droppt dann auch wieder ein Item. Und das müsst ihr dann auch wieder zur Schmiede tragen. Das umbasteln. Und dann könnt ihr zurück zu der Händlerin gehen. Alles abgeben. Und bekommt dann eine finale Quest. Und bei dieser finalen Quest müsst ihr dann das Ding nochmal schmieden, was ihr rauskriegt, um euer Legendary Item zu bekommen. Und zwar müsst ihr dann auch wieder in den Hochberg, wieder in dieses kleine Schmiedelager zurück, das Teil da einsetzen. Wenn ihr es gemacht habt, müsst ihr wieder zur Händlerin zurück abgeben. Ihr bekommt euer Legendary Item und könnt euch dann dementsprechend euer legendares Schmiedeteil basteln. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ihr müsst ein bisschen Zeit halt mitnehmen. Wie gesagt, ihr müsst halt zwei Mythisch-Dungeon machen und einen Raid-Dungeon. Sprich, ein bisschen Zeit sollte man dafür bereitstellen. Und zusätzlich ist es halt ziemlich viel Wege. Also man muss halt ziemlich viel Laufarbeit hier auch leisten. Aber je nachdem, also ich habe meins glaube ich für 250.000 oder so verkauft. Zumindest das Schmiede-Item damals, das Leder noch für 350.000. Da macht man schon ganz viel gut Gold rum. Oder man benutzt halt dementsprechend selber. Da muss man halt so ein bisschen gucken, was einem dahingehend lieber ist. Ja, damit wären wir auch schon am Ende von einem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen oben gebt. Beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch gleich interessiert für die anderen Legendaries, da habe ich auch schon teilweise Videos gemacht. Schaut da einfach mal rein. Kurze Randinformationen, aber es läuft relativ ähnlich ab. Die Positionen, wo ihr hinlauft, sind halt ein bisschen anders. Beziehungsweise die Raid- und Dungeon-Bosse. Aber das System ist, wie ich vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen habe, dasselbe. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dementsprechend nächstes Mal wieder reinschaut. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.